Basti Feld fragt, wer für dich die drei größten Sportler weltweit sind? Zwei sind einfach. Roger Federer und für mich Dirk Nowitzki. Ich überlege jetzt gerade, in welchen Sportart ich noch zu Hause bin. Ob ich vielleicht noch eine andere reinnehmen kann. Das sind meine größten Leidenschaften. Immer noch als Fußballer ist für mich Zidane, der nicht mehr spielt. Aber war einer der größten Sportler.